Ich prank jetzt den Dönermann meines Vertrauens. Ja, hallo, hier ist der Hans-Peter-Kurz-HP, bin ich da bei Alibaba? Ja, richtig, Alibaba-Döner. Ja, ich wollte mal fragen, warum heißen Sie eigentlich nicht Alimama? Hallo? Papa, soll ich schnell machen, Mann? Weil ich hab's nicht grad nicht verstanden. Hörtet Sie mich denn? Ich bin der Hans-Peter, hallo. Ich bin Herr-Ich-Wann. Hallo? Also, ich wollt kurz was bestellen, gell, zum Abholen. Ich nicht, Kollege, nicht Abholen. Ich bin, ich nicht Lieferung. Sie müssen selber kommen, selber laden, die E-Pack. Ja, ich würd kommen zum Abholen, gell. Ich hätt gern, ich hätt gern zwei... Ja, ich hätt gern zwei Döner, zwei Döner mit Schweinefleisch, gell. Ulan, du Spaß machen, ulan, was machen, man? Du, ich mach keinen Spaß. Ich will zwei Döner mit Schweinefleisch, gell. Hallo? Ulan, back dir, ulan! Hörschneid mal, ulan! Ich bin kein Schwein. Ich bin Müslumann. Ich bin nicht Schweinverkauf. Ich bin... Ich sag dir auch nicht, dass ihr Schwein sind. Ich will einen Döner mit Schwein. Ich, 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 nicht Schweinverkauf. Hallo? Ich bin nicht Müslum. Ich bin nicht Schweinverkauf. Ich bin... Hallo? Hallo? Ja, kann ich jetzt... Kann ich jetzt mal Döner abholen, oder? Ja, Kollege, Döner abhören. Ich bin nicht Levering. Ich bin... Ich bin... Ich bin Lade, Lade. Ich bin Lade, Lade. Ich bin Lade, Lade. Hallo? Ja, was war Lade, Lade? Ich bin Lade, Lade. Sind Sie jetzt noch dran? Hallo? Was? Ich bin Herz, Lade, Lade. Was in die Herz? Ach, wenn ich tot. Ich bin Polizei. Dein Name ich eben Lade. Also, mein Vater ist bei der Polizei. Ich zeig sie jetzt an, gell. Ja, Kollege, ich bin... Ich bin... Hallo? Hallo? Lade! Lade, Lade. Vielen Dank.